Здоров'n, Herzlich Willkommen bei Rapmir! Heute reagieren wir endlich wieder auf den Bratan, denn der Bratan-Kapi hat angeblich wieder ein bisschen Oldschool-Stuff gebracht und ich hoffe, es stimmt. Ich hoffe, da kommt jetzt wieder so ein bisschen Back to the Roots-Kapi. Mein absoluter Lieblingssong im Moment von ihm ist wieder RS6. Ich pumpe das Ding gerade rauf und runter und hoffe, das ist so ein bisschen etwas in diese Richtung. Wir werden einfach gar nicht so lange quatschen und lassen es einfach mal wieder knacken, Freunde. Also der Beat hört sich jetzt schon richtig köstlich an. Das könnte echt lecker werden. Das macht man nicht auf Blut, Bruder. Hör mal zu, Suka. Ich bin Kapital, Rapper und kein YouTuber. Okay. Ich bin Rapper und kein YouTuber. Hör mal zu, Suka. Ich bin Rapper und kein YouTuber. Ja, Verschwörungstheoretiker würden jetzt sagen, dass Moise gemeint ist, oder? Schöne Lein. Okay. Ich will jetzt kein Klugscheißer sein. Niemand mag Klugscheißer, okay? Aber ein absolut Adjektiv, das kann man nicht mehr steigern. Also das Wort einzigster, einzigste, so, das gibt's gar nicht. Einzige. Ja. Aber okay. Und eigentlich müsste man jetzt sagen, man rappt mir. Halt einfach die Fresse, Alter. Das ist Rap, das ist möglich. Und ihr habt recht. Das ist echt Müsste. Boah, das ist halt wieder so, alter Kapi, das ist wieder so, ich hab da jetzt noch kein Autotune gehört und irgendwie macht mich das extrem glücklich. Ja, es ist... Also ich bin kein Autotune-Gegner, aber ich hör Kapi am liebsten einfach so. So. Und ich hoffe, es bleibt so. Boah. Boah. Wolf, ich find die Adlabs auch richtig fresh. Keiner kommt an ihn dran. Und das ist einfach wieder so ein bisschen on point. Da macht er sich wieder zielsicher. Das Video ist einfach so typisch Kapi. Ist es dunkel, er ist in irgendeiner Tiefgarage. Es muss nicht viel passieren. Passt. Das Feeling ist auf jeden Fall am Start. Ich bin schon gespannt, wie viele Leute schon die Gangster Rella probiert haben. Der Bratan ist nicht nur in Topform, was Musik angeht. Er ist jetzt auch im Pizza-Business am Start. Okay. Ich hab irgendwas von 500.000 Auslieferungen gelesen. Also, ich glaube, damit ist absolut alles wegrasiert, was so rasiert werden kann. Vielleicht werde ich mir auch mal einen Happen gönnen. Wir müssen mal gucken. Ich seh schon die Kinder heute oder am Montag ihre Klassensprecher mit dem Arschenbecher schlagen. Ich freu mich schon auf die ganzen TikTok-Verarschen, die davon kommen. Cooles Ding, Alter. Ich find auch, dieser Beat ist einfach absolut krank, Alter. Das ist wieder so ein bisschen alte, alte, alte Schule halt. Das ist so, dieses extrem düstere, Boah, und das passt auch noch so gut zu Kapi. Ich hoffe, ich hoffe, das nächste Album, was von ihm kommt, das bleibt so exakt auf dieser Spur. Ich denke, die ganzen Oldschool-Fans, die ganzen OGs, die würden das extrem feiern. Nice, Bravo-Hits. Wer kennt's noch? Ich hoffe, Da formt er einfach zielsichern. Was soll man dazu sagen? Schade, dass es schon wieder zu Ende ist. Das sind zwar noch 30 Sekunden, aber... Ah. Hm. Ah. Okay. CB7. Okay. Berlin lebt jebald. Ihr wisst Bescheid. CB7. Okay, also wenn CB7 nicht wird wie CB6, dann werde ich es lieben. Schreibt mir doch mal gerne unter die Kommentare, was euer absoluter Lieblingstrack von Kappi ist. Also ich finde, Comcom ist jetzt auf jeden Fall einer meiner Top 3. S6. Ist... Ich glaube immer noch auf 1. Aber ich werde mir das gleich noch so 10, 15 mal gönnen. Und dann werde ich mich wahrscheinlich noch mal umorientieren müssen. Wir werden mal sehen. Freunde, wie gesagt, schreibt mir doch einfach mal gerne unter die Kommentare, was euer Lieblingstrack von Kappi ist. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wir drücken ihm natürlich die Daumen. Und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Damit, пацаны. Ciao. Das war's.